So Robin, es geht weiter. Es geht weiter! Ja! Oh, du näherst. Wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofffangs der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen. Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen. Den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Böse. Super. Oh, jetzt kommt gleich eine böse Stelle. Mein Antifone? Ach, die... Nee, nee, das war noch gar nicht hier. Das kommt später. Er sieht tot aus. Hier, guck. Das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu tönen, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben ein Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denn was und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Tempel out. Ziegel. Ziegel. Na, den Starspack. Gut, jetzt mal ein paar Sachen verkaufen. Warum hast du den Kollegen da jetzt kaputt gemacht? Das ist Vorsorge, glaub mir. Woll ich noch sagen, als wäre es mir aber auch entfallen, das zu sagen. Woll ich sagen, es ist Vorsorge für später. Hab ich gerade... Ich hab doch jetzt nicht... Fick dich. Ich... Warum habe ich die gekauft? Das ist doch... Scheiße. Ich dachte, ich wäre noch in meinem Inventar und das wäre die Strahlen-Munition gewesen. Die will ich doch verkaufen. Scheiße. Jetzt habe ich umsonst 4.500 ausgegeben. Gar. Gar. Zum Gar, nicht wahr? Mhm. So, jetzt haben wir das hier. Hey, guck mal, ich will mitspielen. Geld klauen. Okay. Das nehmen wir jetzt. Bring. Dann haben wir das hier. So. Wo müssen wir jetzt lang? Hier nicht. Da lang, alles Klärchen. Alles Klärchenbärchen. Guck Pärchen. Okidoki... Okidoki... Ok, das ist gruselig. Das ist gruselig. Der ist gruselig. Der ist noch am Leben. Glaub mir, ja. Das ist ein schneller Tod. Ja, der wurde sozusagen überrascht von uns. Er hatte keine Chance. Vom Tod überrumpelt. Ha, 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 ha. Hö, ha, ha. Hö, ha, ha. Hö, ha, ha. Hö, ha, ha. Keine Ahnung, was hier abgeht, alter. Jemals hat das Schiff oder angegriffen. Das sie in der Zukunft immer noch so schreiben. Keine Ahnung, was hier abgeht, alter. Na, alter haben sie nicht geschrieben, aber trotzdem. Wollen wir trotzdem bauen. Viele Bäume. Au, you're a friend. Was war das denn? Er ist verrückt. Er zieht sich seine eigenen Zähne. Boah. Oh Gott, es will ihn. Er ist halb am Stärken. Die schreiben einfach unha- ... Pum, Pum, Pum. Hä? Unnie, Unnie. Warum hat er das gemacht? Ich versteh das nicht. Der Isaac Moonwalk. Nanananana. Shoo. Das ist noch ein normaler Mensch, zumindest ein toter normaler Mensch. da krabbelte eben etwas am Boden das waren diese das waren diese komischen Schwanz diese hässlichen da ich mein hässlichstens alle aber ja die heißen halt alle Necromorphs deswegen kann man nicht wirklich eine spezielle Art davon sagen wow das ist ein normaler Necromorph ein normaler Necromorph starker Necromorph äh Baby Necromorph und Prozent hässlicher Schwanz Necromorph kann zwei Leute verstehen das einzige Necromorph der noch einen Schwanz besitzt und damit so richtig angeben kann bei der Länge okay Bräuelnit schüttel Kürtel ja ja ich zieh schon ran da kommen wir weiter Schneckenverkehr hochziehen Sooo... Da ist ein Löcher drin. Gibt's echt? Ja. Aber da will ich sowieso noch nicht hin. Ich wollte es nur mal ranziehen schon. Da hat er Kaffee im Schrank oder sowas ähnliches. Da war ich schon schon kalt. Ja. Schmeckt nicht mehr. Nein. Tux-Sequenz aktiviert. Oh ne, die ist ja schon wieder weg. Ach, ähnlich so wie eine geliebte. Fotze. So. Der legt ja gar nicht. Ich dachte, der würde noch blöd. Und da gibt mir nichts mehr. Doch, ich dachte, der gibt mir schon wieder nichts. Das wäre ja so unerhört gewesen. Das geht doch nicht. So, hier muss ich noch nicht lang. Jetzt gehe ich nämlich erstmal auf meine andere Seite. Ja, genau, das geht nicht. Hui, und los. Jetzt nimmst du den Kumpel wieder mit. Oh, ey, ich leere, ich war ehrlich. Ich wurde ihn. In letzter Zeit störte mich auch immer mal mein Letzte. Eddie. Man denkt, hier greift was an. Eddie. Oh, ähm. Hey Eddie, na, was geht einer? Mein ding, wieviel. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh my god. Oh, oh, oh. gleich beballern so lange sterben er hat sich einfach mal jetzt mal ehrlich ja ja so so du musst dich mal an dem kümmern da lag ein Fuß technisches logbuch jemand hat die treibstoffleitung zum hauptantrieb gekauft und in dem zug auch den ventilen den rest gegeben sie müssen repariert werden bevor ich sie wieder öffnen kann aber uns läuft die zeit davon bei ausgeschaltetem antrieb wird der orbitverfall in weniger als zehn stunden und ich habe ihn angeleuchtet er mag sich im rampenlicht zu schlippen ja es sind halt keine rampensau aber trotzdem eine sau der hat sich ein richtig schönes lager angeschafft hier von leichen die wollte ja alle für den winter hamstern was sagen ey hat auch winterklauble was hamsterbacken sonst noch irgendwas hier speichern nö kein bedarf jetzt gott schema was kein platz mehr für schema das ist nicht akzeptabel gut und treibstoff wieder aktivieren hanksequenz aktiviert ausreichend treibstoff um primärantrieb zu versorgen was immer sie machen es funktioniert einst ja woher euro morgen wie viel sein alle kommen nicht zu nahe was für das Stück Scheiße deswegen bin ich auch kein Counter-Strike-Fehler Counter-Strike Stricke gut dann können wir waren nicht eben überall noch Leichen ok wo sind die hin komm mit mein Freund wage E-Gerf일 Um für dunkel sich offizie es darum und ich denke würde mich überraschen es ist und es gibt jetzt aber so gut sind Kax einmal Rd Jo und ich die Schienen die Köln er ist das viele nicht dass man sich mit Vorsorge ist nämlich dieses Vieh das hätte die das ist dass die Fehler ich schlieb Kopf in der Luft Prozent Prozent auf jeden Fall es hätte ihn infiziert aber das ist so gut Prozent und siehst du es es ist Prozent ja was derzeit ist er vorgelegt wo ist der Körper die ist keine Ahnung weg aufgegessen und ich bin es nicht und was er geht hier nicht an meinem Schuss beim gerade Mikrofonverstellung um Prozent 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 Neuropa das Mikrofon hat sich hingelegt es klappt aber warum warum du bist das stattdessen auf dem Plasmokater verkaufen klar vor folgt die ich noch habe ich noch gar nicht aufgerüstet ein Energieknoten kann ich mir genehmigen so stimmt bisschen aber nicht so schlimm wir reden hier gerade über mein laptop gut um jetzt lang ach so auch das ist ein Fahrstuhl so für musik die 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 Euro da oben Scheiße man könnte denken die Kommission ist richtig ist zu Glück ist es in diesem Spiel nicht so dass die im Fahrstuhl reinkommen das wird viel zu eng der Raum zu kämpfen das wäre nämlich echt scheiße ein bisschen ja hier spricht schön jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline und hängen vier Millionen Tonnen der Steiner Marsch und ohne die Zentrifuge die das Schiff im Gleichgewicht hält wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen das ich will jetzt mal nachsehen ob ich was reparieren kann viel Spaß du welcher me du gut gut jetzt rüst ich mal meine Wappen hier auf ach muss ja sein muss ja sein gut rück er hat was gar nichts ich habe ja nicht mal die P aufgerüstet wird ja langsamer Zeit Schaden hab ich hier nur gemacht gut also TP unbedingt mal aufwassend ist ja nötig hier wie schlecht hab ich denn hier gespielt so jetzt haben wir schon mehr Leben am 5. Streifen haben wir dazu bekommen ich wollte gerade sagen das sieht man ja ok jetzt kommt auch eine schöne Stelle Dekontamination Dekontamination Sequenz aktivieren bitte warten bitte warten bitte warten ich will nicht warten pass auf hm er will eindeutig rein und was machen sie äh Sauna oh erst mal das jetzt fällt dir erst mal das Licht aus weil die die ganze Leitung hier anscheinend kappen und hier oben sind Lüftungsschächte oh nein damn your face ach mal an schnell gut hat das hier ne kleine Lampe ey kein so so hier wo auch wo ist der Achter wo wird Komm! Stöck doch! Danke schön! War's das jetzt mal? Aha! Hast du was für mich in der Zeit? Die Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Kein Ding. Was war das denn? Er hat noch was ausgespritzt. Mit seinem Langschwanz. Siehst doch nicht ins lächerliche Raum. Ach quatsch! Geh weil es erst lange nicht gehen, als erst nach links. Da links, da liegt ein Schuh. Und ein Bein und ein Fuß. Fuß. Und ein Energiekuggen. Dies ist nicht so. Mopi Urho Super Rockstar und die Doppel die Doppel Prozent 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 Füße und Hände und Hände Marken ich mag sie ich mag tanzen ach du auch ich dachte ich wäre der Einzige Mag singen Mag tanzen Ich mag züge Warum hab ich ihm geschlagen Weil Eintritt schwer in Musikheit die 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 Stadt wie die Alkent die aber auch ein Gespür eindeutig ein Gespür jeweils die Aufgabe schnell die der mit dem langschwanz er hat er mit ich habe nur schon erhältlich einzigen das schwebt der Kopf ich werde ich suche noch ein die heißt er kennt und ich bin mir geblieben zu gehen noch so ein das ich will noch eins rumgrünen ja das ist ja um Hallo, ähm, 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 hallo? Ist hier noch eins? Ne, ist ein Mensch. Ah, da ist noch eins. Das stirbt doch mal. Ja, ich hab die Knie dann auch ausgeschwanzt. Hey, die haben sogar noch richtige Hände. Das Blut sieht so aus. Ja, das haben sie irgendwie abgegemacht. Äh, hierhin. Äh, wiii, wutig schau. Erstmal möchte ich kurz hierhin, weil hier kann man noch immer so eine Tür machen, damit man was kriegt was Schönes und die ist Gegner noch, ich höre ihn doch. Ich glaube, das ist unter dir, oder? Der ist hier irgendwo, wo weiß ich nicht, wiii. Ich glaube, das ist ein Grafikfehler. Ah, das ist ein Grafikfehler. Wow, wow, das ist ein Grafikfehler. Alter, das hat ja noch nie Ey, da koppelt er Das ist so schwer Was? So, was ist denn heute hier los mit dem Spiel? Das war ein Gratten-Bug, Alter, wow Ey, das hatte ich noch nie in dem Spiel Wow, 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 wow Schön wieder gedämpft hier Oh, wow, wow Oh, wow, wow So sauerstoffe Oh, das Vieh wurde zermatscht Wir haben noch etwas Zeit, keine Sorge Wow Und wenn er überzieht sich halt, bis ich angekommen mit meiner richtigen Stelle Was ist? Also, ich weiß nicht Rede doch laut, wenn du was von mir willst Oder lass es einfach Der Part ist sowieso gleich zu Ende So, Robin, ey Solche Gedanken hätte ich nie von dir erwartet Ich weiß nicht mal, was du gedacht hast Ich muss pissen, Alter Achso Okay, wir haben sie jetzt sowieso geschafft Was macht die hier? Und Genau Gut, dann würde ich sagen, ich benne jetzt einfach den Part und Damit ich pinkeln gehen kann Ja, okay, dann Guten Rutsch Also, bis gleich Bis gleich Ja, bis zum nächsten Mal Also, bis zum nächsten Mal